Die Sendung wurde live untertitelt Und das ist natürlich ein Duell, dem die ganze Fußballwelt entgegenfiebert. Das ist schon klasse, dass wir da dabei sein dürfen. Heute bin ich wirklich mal gespannt. Das ist ein Duell, das seinen ganz eigenen Reiz hat. Das sind tolle Mannschaften. Ich glaube, sie wollen und werden heute alles geben, alles zeigen. Der Rahmen stimmt. Jetzt kann es endlich losgehen. Und das ist unsere Chance, kurzen Blick auf die Aufstellung zu werfen. Taktisch heute eher konventionell, 4-4-2. Das heißt für uns als Zuschauer natürlich, wir dürfen uns auf viele Angriffe, viele offensive Situationen freuen. Und so gehen sie heute in dieses Spiel. Sie greifen heute zu einem offensiven 4-5-1. Ja, sie wollen also mit einem geballten Mittelfeld zum Erfolg kommen, wollen viel Druck ausüben und den Gegner zu Fehlern zwingen. Vielen Dank. Und dann schweift dieses Spiel an. Schön durchgesetzt. Das ist die Chance. Der Versuch war harmlos. Mit viel Druck den Ballverlust erzwungen. Tolles Zuspiel. Da müssen sie auch passen. Oh, wie hat er den denn noch gehalten? Riesen-Szene. Das war eine richtig gute Möglichkeit. Kurz ausgeführt. Und jetzt der Schuss. Er macht das ganz sicher. Gut geblockt. Gut geklärt. Das war wichtig. Da haben sie jetzt einige Optionen. Haben wir natürlich schon besser gesehen. Keine Frage. Ah, kein guter Abschlag. Was können sie jetzt auch machen? Ah, das sind so die Szenen, die jeder Keeper fürchtet. Dieser Fehler wird eiskalt bestraft. Was hat er sich dabei bloß gedacht? Ich glaube, er war einfach unkonzentriert. Das passiert ihm doch sonst nicht. So, da hätten wir also das 1 zu 0. Mal sehen, wie es hier weitergeht. Wird das seine Torchance? Nur noch der Torwart vor sich. Das muss es sein. Eine echte Prüfung war das für ihn natürlich nicht. Ne, das war mühelos. Das war kein guter Abschluss. Der Ball geht direkt zum Gegner. Mitspieler frei. Jetzt kann der Pass kommen. Der Volley. Super Chance, aber da macht er eigentlich zu wenig draus. Ja, bin ich bei dir. Da hat der Keeper überhaupt keine Mühe. sauberes Tackling. Und so haben sie jetzt Ballbesitz. Der Ball ist weg. Jetzt ist die Kugel weg. Ganz energischer Einsatz. Da wäre Platz auf außen. Ist das die Chance. Super Volley, aber kein Tor. Das war technisch herausragend gemacht. Das stimmt eigentlich alles. Es fehlen nur die entscheidenden Zentimeter. Schöner Angriff. Da haben sie mehrere Optionen. Aber dann kommt doch der Ballverlust. Cetri. Mach der ihn. Das wird ein Eckball geben. Der kurze Eckball. Was macht er draus? Da schießt er den Ball knapp übers Tor. Ah, gefährlich. Keine gute Aktion. Die Gelegenheit. Er holt sich den Ball und das war wichtig. Ja, wäre Tor Nummer zwei gewesen in dieser Partie. Doppelpack verhindert. Gute Aktion. Jetzt der Eckball. Ball ist erstmal wieder raus. Die Chance jetzt. Verhindert erstmal das Tor, aber es bleibt wohl gefährlich. Kann den Ball halten. Schön gehächtet. Macht das unheimlich sicher. War nicht ungefährlich, aber das war eine tolle Aktion. Kurze Ecke jetzt. Ah, halbherzig. Das ist nach wie vor gefährlich. Björns, Fausenpfiff. Gleich geht es hier also weiter mit Durchgang zwei. Und jetzt geht es hier weiter mit der zweiten Spielhälfte. Sie können lieber außen kommen. Jetzt die Flanke. Ball ist weg, aber geht da noch was? Chance für den Konter jetzt. Vielleicht machen sie was aus diesem Konter. Jetzt der Schuss. Fausen, das war ein ganz knappes Ding. Die Mitspieler bieten sich an. Könnte der Ausgleich werden. Da passt der Torhüter auch. So, die kurze Variante. Das muss es sein. Echte Gefahr kommt da nicht auf, weil er natürlich zur Stelle ist. Erneut Ecke. Erneut Ecke kommt kurz. Zug nach innen. Er zieht ab. Er macht das ganz sicher. Gut geblockt. So, und jetzt sind hier noch 30 Minuten zu absolvieren. Jetzt hat er Anspielstation. Die Fans werden laut. Sie fordern jetzt schon einen Schuss. Gehalten. Da zeigt er sein Können. Jetzt kommt hier der Wechsel. Kurze Ecke. Und jetzt der Schuss. Weiter gefährlich nach dieser Parade. Abwehr nicht aufmerksam genug. Und dann können sie diesen Nachschuss halt auch verwerten. Das ist nochmal die Wiederholung des Treffers. Wir sehen zunächst mal diese klasse Parade. Und dann haben sie eben Pech, dass der Ball zurückkommt. Nochmal heiß wird. Und dann fällt das Tor. Sie haben hier also den Ausgleich geschafft. 1-1. Ohne Tien bisher. Dazu passend auch die Ballbesitzquote. Es ist alles auf Augenhöhe. Und ich bin gespannt, wie sich diese Partie noch entwickelt. Und wir schauen genau hin. Sieht wieder vielversprechend aus. Der Ballverlust war wirklich unnötig. Oh, jetzt werden sie wechseln. 20 Minuten haben wir noch auf der Uhr. Mal sehen, was sich noch tut. Energischer Angriff jetzt. Sie suchen die entscheidende Lücke. Sie spielen steig. Gefährlich. Und so wird das nichts. Den hält der Torwart natürlich. Und so wird er jetzt alleine machen. Riesenchance. Gehalten. Aber weiter aufpassen. Da werden jetzt viele von Torwartfehler reden. Klar, Ball bleibt gefährlich. Dann der Nachschuss und dreht Hilser. So, wir sehen da noch mal die Misslumge Parade. Weil die ist Ausgangspunkt für diesen Treffer. Und da sind sie dann einfach schneller. Dann ist die Chance da. Da ist die Lücke. Und dann fällt das Tor. War das die Entscheidung, Burschi? Möglich ist es. Es ist nicht mehr viel Zeit, um hier zurückzukommen. Klasse, wie er da hingeht. Geht ein Wurf. HDS Anspielstation. Wird hier nochmal gefährlich. Sie wollen unbedingt den Ausgleich. Könnte der Ausgleich werden? Nicht der Ausgleich. Na, das wäre so ein wichtiges Tor gewesen. Aber sie machen nichts aus dieser Szene. Er bringt den Ball jetzt nach vorne. Vielleicht jetzt. Sie haben es geschafft. Sie haben den Ausgleich. Wir schauen nochmal auf die Wiederholung. Da setzt er sich durch. Und dann sehen wir. Es wird eng. Es ist kaum Platz da. Aber er setzt sich trotzdem durch. Exzellent. Es ist ein enges Spiel. Und das drückt jetzt auch der aktuelle Spielstand aus. Platz auf außen. Sie kommen nochmal, ja? Die wollen mehr als dieses Unentschieden. Muss Abschluss geben. Muss Abschluss geben. Gibt auch Abschluss. Schwache Aktion. Jetzt kommt hier der Wechsel. Der Pass in den freien Raum. Gut gemacht. Sie gehen dazwischen. Tschetri. Ball läuft gut. Aber dann schleicht sich doch der Fehler ein. Weg ist der Ball. Mit Auge. Da kommt der Schuss. Erstmal gehalten. Willkommen Sie noch eine Chance. Eben. Spektakuläre Nummer. Und jetzt hat er den Ball. Starke Aktion. Und so kennen wir ihn. Das war doch ein Tor. Das musste doch ein Tor sein. Unglaublich. Sie schalten auf Angriff um. Das ist wohl die letzte Chance, hier doch noch als Sieger vom Platz zu gehen. Jetzt die Hereingabe. Ball abgefangelt. Das ist natürlich kein Problem. Kein Sieger nach 90 Minuten. Unentschieden. Untertitelung. Untertitelung des ZDF, 2020